Sané steht vor Entscheidung über Bayern-Zukunft. Leroy Sahne hat in dieser Saison bessere und konstantere Leistungen gezeigt als je zuvor. Eine Grundsatzentscheidung steht bevor. Das motiviert auch die Konkurrenten. Dass Leroy Sahne genau das ist, was er jetzt ist, zeigte der 27-Jährige am Samstag beim 3 zu einem Sieg der deutschen Nationalmannschaft im Testspiel gegen die USA erneut eindrucksvoll allen Beobachtern. Der Nationalspieler legte einen herausragenden Sololauf hin, bereitete die Bühne für ein vorläufiges 1 gegen 1 und löste ein Comeback aus. Sahne zeigte nahtlos seine Höchstleistung und erreichte in dieser Saison endlich eine für den FC Bayern beispiellose Konstanz. In seinen ersten Elfspielen in München hat er bereits sieben Tore geschossen. Kein Wunder, denn nachdem Sané im Bayern-Trikot zur Gala erschien, kündigte Sportdirektor Christoph Freund an, demnächst Gespräche mit dem Offensivspieler zu suchen. Sanés Vertrag läuft bis Sommer 2025. Eine Grundsatzentscheidung für Sané und die Bayern, wenn es nach den üblichen Geschäftsmechanismen weitergeht. Liegt es nahe, dass es spätestens im kommenden Sommer sowohl für den FC Bayern als auch für Sahne zu einer Grundsatzentscheidung kommen wird? Aus der Sicht eines Rekordmeisters stellt sich die Frage, verlängern oder verkaufen wir es? Für Sahne ist es auch wichtig, Entscheidungen über die grundsätzliche Ausrichtung seiner weiteren Karriere zu treffen. Will er seinen langfristigen Vertrag beim FC Bayern verlängern und letztlich das Erbe von Frank Ribery und Arjen Robben fortführen? Oder will er sich in einer anderen Liga im Ausland noch einmal beweisen? Liverpool will wohl sein nächstes Transferrekord brechende Delemiere, berichtete kürzlich. Dass Trainer Jürgen Klopp und Liverpool an Sahne interessiert seien. Damit stehen die Reds sogar kurz davor, einen neuen Transferrekord für Sahne aufzustellen. Dies entspricht immer noch den 92 Millionen Euro, die Liverpool letztes Jahr an Benfica Lissabon für Stürmer Darwin Nunez gezahlt hat. Auch Real Madrid soll ein Auge auf Sanés starke Leistungen haben. Haben die Bayern also zu lange gewartet und auf eine mögliche Verlängerung mit Sahne gesetzt? Nein, nach Informationen von T-Online wollte sich Sahne in diesem Sommer bewusst nicht mit Zukunftsthemen stressen und konzentrierte sie stattdessen ganz auf die sportliche Weiterentwicklung des FC Bayern und der Trainer Thomas Toche. Stattdessen ging es für Sahne darum, den hohen Erwartungen des Rekordmeisters endlich gerecht zu werden. Daher gab es bisher keine Gespräche über seine Zukunft in München. Sahne wechselte 2020 für 49 Millionen Euro von Manchester City nach München. Bisher ist dieser Plan in dieser Saison perfekt aufgegangen.